Aber wenn ich jetzt ihn confuse, dann geht er doch auf den anderen drauf. Das wäre doch ganz okay, oder? Dann mache ich doch das, wenn ich eh nicht so viel machen kann. Auch wenn ich mit dieser Status, mit den Confusen und mit den Schocken Statusveränderungen nicht so viel anfangen kann. Aber egal. Ja genau, ich kann da nicht so viel machen. Ich muss... Digga... Ist nicht so gut der Typ. Aber ey... Wir haben einfach einen neuen Typen, so. Am Schlüssel. Okay, jetzt wird er wieder... Immer dasselbe, aber jetzt geht er wenigstens auf uns alle. Und er hat seinen eigenen Kumpel umgehauen und der andere ist auch gleich weg. Wir sind halt leider auch jetzt... Ähm... Confused... Das ist nicht gut. Okay, so... Äh... Ach verdammt, da komme ich aber auch nicht ran. Kann ich denn... Confused... Ja! Okay, ich kann... Da gehe ich doch... Den... Mysterion. Alter, wenn ich den... Anconfusen kann, sozusagen. Und dann kommt gleich die Ult von... Callgirl. Und dann... Sollte der Kampf doch... Vorbei sein. Genau. Oh nein... Alter, der hält aber... Ja gut. Wir haben nicht so viel auf den eingekloppt, aber der hält ganz schön viel aus. Aber bald ist ja auch... Geschichte. Wir haben ja noch ein paar Züge. Also unser Team. So... Und jetzt... Schöne... Schönen Abschluss-Move. Zack, zack, zack... Und... Bam! Oh nein, Scheiße. Na ja. Ja, nice, der Minion, Alter. Was geht ab? Nice, so ein Professor K. Charakter-Sheet. Recipe. Und ein Artifakt. Nice. Der PC-Principel, ey. Wäre vielleicht nicht evil, aber... Ja, so ähnlich, ne? Okay, äh... Ja, kann ich jetzt nochmal... Also... Kann ich jetzt nochmal zurück oder... Und meinen... Economic Class irgendwie steigern, oder? Das geht ab. Ja, nice! Quite the Swagger. Dankeschön. Ey, puh. Ja, wieder Low-Low-Class. Ich könnte quitten... Ja, was ist denn, wenn ich... Wenn ich jetzt... Bankrott gehe? Okay, die Invest... Okay, das... Das mit dem Dollar ist wohl am besten, wie es aussieht. Und das mit dem... Tech auch. Dann versuche ich doch, die zu bekommen. Ja, ich... Dann versuche ich jetzt die ganze Zeit aufzusteigen, oder was? Wenn ich jetzt bei Croft gehe, komme ich... Hoffentlich nicht auf ganz Null. Insider-Trading-Bonus. Use before a spin and instantly stop the wheel. Nice. It's insider-Trading-Time. Ähm... Ja... Zack, zack, zack. Okay. Okay. Ah, bisschen daneben, aber... Noch okay. Was... Wenn ich das jetzt mache? Oh Gott, das ist überhaupt nicht gut. Ich hab's gewusst. Ich wollte aber mal gucken, was abgeht. Ja. Oh... Ja, schon. Hey, puh. Okay. Kann ich jetzt nochmal... Ach nein, oh Gott, jetzt bin ich ganz unten. Oh Gott, wow. Das ist wirklich krass. Okay, ich hab gewusst, dass das passiert. Oh Gott. Das ist ja echt krass. Und Bingo! Kredit-Default-Swaps. Das bedeutet, dass du den Marktmanipulation-Bonus verdienst. Wenn du das vor einer spinnst, kannst du die spinnst, wenn du willst. Ja... Und Bingo! Kredit-Default-Swaps. Das hätte ich gern. Dankeschön. So. Achso, schon wieder. Man könnte mir ein bisschen lächeln. Okay, ähm... Ich hätte das Stop drücken können, da gerade. Ach, ich weiß auch, dass das andere Blaue kommt immer. Ja, okay. Okay, ja, das ist doch ganz okay. Oh, und es ist Gold für Cash. Das Bankruptcy in Gold. Wenn man das klug anstellt, kann man, glaube ich... Du hast auf das nächste ökonomische Level. Nice. Ganz schön viel... Also, kann man vielleicht nach ganz oben kommen, aber das ist ja richtig krass, da hochzukommen. Oh Gott. Ich versuch mal mein Glück jetzt mal und dann schauen wir mal weiter. Obwohl, immer wenn man auf ein neues Level kommt, dann kriegt man ja... Kommen die ganzen Bankrott-Dinger weg. So, deswegen ist es ganz okay eigentlich. Ja, das sieht ganz gut aus. Here we go. Market Manipulation. Ja. Come on. Und Bingo! Credit Default Swaps. Zack. Here we go. Market Manipulation. Ich weiß gar nicht, was diese Tag-Dinger machen. Ich versuche jetzt eins davon zu bekommen. We've got Tag Stocks. Oh, ist ganz schön schwer, ey. Skill stop the wheel. Okay, schon wieder. Alles klar. So. Ich fühl mich so gut. Das macht... Glück spielen kannst du es nicht machen, Leute. Macht das nicht. Ähm. Oh Gott, ja. Low Class, bla bla bla. Okay, ja. Ich mach jetzt einfach. Schauen wir mal, was abgeht. Real Estate. Now you've got the Taxpayer-Bailout-Bonus. When you land on Bankruptcy, it's the Taxpayers that take the hit. Geil. Okay. Ah, das habe ich hier. Okay, das ist ja sehr gut. Das ist super. Man sollte natürlich versuchen, am meisten Geld zu machen. Aber wenn das geht, ist auch okay. Credit Fault Tax Stocks. Okay. Ist immer das höchste Geld, was man... Das meiste Geld, was man machen kann, offensichtlich. Und ich bin jetzt schon mal... Das ist ja... Das ist ja relativ gut. Ich hab grad gedacht, das landet direkt wieder auf dem Schwein. Das wäre nicht so gut. Ja, das... Das will ich nicht machen, weil... Ich hab noch... Genug freie Felder, so. Wo ich drauf kommen kann. Und ich darf ja einmal auch bankrot gehen, so. Deswegen. Sorry, falls es für euch vielleicht nicht so... Oh, nochmal Immun. Geil. Für euch vielleicht nicht so... Spannend ist so, aber ey. Ich find's ganz nice. Und kann man doch mal machen, oder? Es geht ab. Kann man doch mal ne Folge zu widmen. Deswegen, deswegen... Und Bingo! Credit Default Swaps! Könnte ich's ja schneiden, aber das werde ich wahrscheinlich nicht schneiden. Weil, zwar gibt's ja doch welche, die das von euch sehen wollen. Und ich hab mir ja auch vorgenommen, keinen Zeitdruck mehr zu haben. Deswegen spiel ich so, wie ich spielen würde. Ganz gechillt. Ähm... Ja, ich nehm vielleicht das. So viel Geld brauch ich eigentlich nicht mehr. Damit ich das nächste Level... Ah, okay. Ich hätte... Ja... Ah, fuck. Nice! Scraping by. Ich weiß nicht, was hier mit Economic Level... Also was... Offensichtlich ist es sehr gut, wenn man... Wenig Prozent hat. Wie ich an den letzten Stufen ausmachen kann, aber... Keine Ahnung, was die hier mit meinen, so. Aber ab geht's, ey. Was geht ab? Noch sieht's ganz gut aus. Oh, und jetzt bin ich aber nicht mehr... Jetzt kann ich ja wieder, äh, bankrott gehen. Das ist nicht so gut. Das wäre nicht so gut. Ich, wenn ich jetzt ganz nach unten falle... Dann war's das. Ach komm, einmal mach ich noch. Obwohl ich hätte den Bonus schon... Vielleicht hätte ich den Bonus nehmen sollen. Das war nicht so klug. Okay, sehr gut. Das ist okay. Real Estate ist eigentlich relativ nice, ey. Oh, ja. Use that Bonus. Big Wheel says Index Funds. Sehr nice. Okay, ja, naja. Obwohl diese Index Funds sind relativ... ...nicht nice. Weil man so viel... Weil man voll viel gespielt haben muss, um halt überhaupt da hinzukommen. Das macht erst in den letzten Dingern nicht Sinn. Das ist super. Skill Stopped the Wheel, das mach ich doch. Es ist Insider-Trading-Time. Okay, 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 ähm... Ich wollte nicht zu spät machen, so. Uh, okay. Und habe ich nur eine bestimmte Anzahl von Zügen? Weil da ist ja... Wie ihr seht, ich glaube, das ist jetzt mein letzter Zug oder so. Und da muss ich das Geld gemacht haben. Kann das sein? Oder sowas? Ich weiß gerade nicht, aber... Genau? Ah, ne, okay. Alles gut. Alles gut. Das geht dann weiter, okay. Hä? Ach so, ach, ich kann es gar nicht... Ich kann es gar nicht bestimmen. Ich hatte gerade voll verkacken. Kann ich... Ich würde so gar nicht sagen, hey, warum stoppt das nicht? Und... Es ging gar nicht, aber... Alles gut. Das ist genau dazwischen. Ey! Ich hab Glück. Was geht ab? Man braucht auch das gewisse Quäntchen Glück in der Wirtschaftswelt, wenn ich das so sagen darf. Deswegen, ja, ab geht's. Es wird aber immer schwerer, also ich merke schon. Oh, das ist ganz okay. Nehme ich doch direkt. Ach, schau mal, ich kann den nicht anhalten. Wenn der jetzt nicht auf Bankrott kommt, ist alles okay. Ja, 15, ja, ist okay. Ja, das möchte ich eigentlich nicht machen, wenn ich ehrlich bin. Hör auf! Okay. Das ist sehr gut. Ja, ja, komm. No risk, no fun, sag ich immer. Oh Gott, ich hab noch Glück, ey. Das geht ab. Ah, das ist sehr gut. Das sieht sehr gut auf jeden Fall. Nice! Flush! Okay, noch sieht's okay. Ich hoffe, ich komm da nur ein Level runter oder so und komm nicht ganz auf Null. Wenn ich ganz auf Null komme, dann höre ich vielleicht immer damit auf auf jeden Fall. Aber so kann ich vielleicht, wenn ich nur ein Level runterkomme, mit dem Bankrupt-Ding, Bankrupt-Ding, dann, dann, vielleicht könnte ich dann, ähm, weitermachen. Ja. Zack. So. So, langsam hab ich's bisschen rauspressed. Stop, ja. Ja, oh, ja. Oh Gott, oh Gott, es wird immer schneller. Okay. Diese Reaction-Scheiben, Alter, was geht ab? Okay, und jetzt vielleicht so ein Real-Estate-Ding und so ein Orangen, das war ganz heiß, ja. Ah, bisschen zu spät. Ey, aber Gold ist auch okay. Und wenn's jetzt gut läuft, hab ich auch direkt wieder das nächste Level erreicht. Ich hab grad gedacht, what the fuck. Ah, das ist auch sehr gut. Eigentlich hat man immer gewonnen, wenn man Gold hat. Sowas geht ab. Man kann immer wieder die Bankrupt-Ding in Gold machen, wenn man Gold hat. So, zack. Okay. Oh Gott, oh Gott, zwei Millionen muss ich jetzt machen. Portfolio-Wellness. Okay, ein Prozent. Ach, das ist die letzte Stufe hier schon. Das ist schon die letzte Stufe, Leute. Okay. Wenn jetzt alles glatt läuft, hab ich's geschafft, eigentlich. Ja, okay, dreifach ist schon mal okay. Soll ich jetzt nicht auf Bankrupt komm, aber die Chance ist ja relativ gering, sag ich mal. Aber... Nice. Ja, das... Brauch ich aber noch nicht. Eigentlich war mein Gott, das ist ja alles weg, eigentlich so. Deswegen... Oh no, you're down an economic level. Nein, ich bin nur auf Flash. Okay. Alles gut. Ja, ich mach einfach weiter. Ich weiß nicht, wie lange das hier dauern wird, so... Muss ich auch schneiden, so. Aber ey, da... Es ist gut, dass ich nur ein Level runterkomme, sonst... Sonst wär ich richtig demotiviert, sonst... Sonst wär's richtig... Krass. Aber ich hätt's den Machern zugetraut, so. Deswegen... That's business. Ich kann mich auch... Oh nice, okay. Real Estate ist immer nice. Obwohl man's ja gar nicht so hart braucht, dann. Ist auch ganz okay, hab ich direkt. Ähm... Ja, Real Estate. Dafür, dass es nicht so schlimm ist, ist es ja noch okay mit dem Real Estate. Ah, das ist sehr gut. Ähm... Ja, ja... Oh Gott, ich bin so blöd. Ich bin so dumm. Oh Gott, das war richtig blöd von mir. Oh Gott, okay. Oh Gott, das war's. Ich geh nochmal nach unten offensichtlich. Hab ich mich zu sicher gefühlt. Oh, okay. Vielleicht nicht, Leute. Vielleicht hab ich Glück. Oh, und es ist Gold für Cash. Turn that bankruptcy into Gold. Das ist echt krass, ey. Oh, come on. Ehh... Macht das Sinn? Warte, wir haben hier 6 auf der einen Seite und... 6 auf der anderen. Das ist komplett egal. Das ist komplett egal. Oh, ja. Ich benutze diesen Bonus. Nein! Fuck! Oh Gott, jetzt geh ich wieder... Jetzt steig ich wieder ab. Scheiße. Okay. Okay, schonmal safe. So, okay. Das war halt richtig... Jetzt ist so ne... Down-Spirale, Alter. Was geht ab? Teufelskreis ist erreicht. Ja, noch ist okay. Nein, das will ich nicht. Nein, das will ich nicht.